Können sich die Perioden zweier Frauen in einem Haushalt synchronisieren und was sagt eigentlich die Farbe des Menstruationsblutes über deinen Gesundheitszustand aus? Ist eine Klümpchenbildung bei der Periode normal oder abklärungsbedürftig? Und was sagen eigentlich Schmierblutungen in den einzelnen Zyklusphasen aus? Ist da ein Krankheitsbild hinter oder ist das alles normal? Das klären wir in diesem Video. Ich wünsche viel Spaß dabei. Fakt Nummer 1. Die Farbe der Blutung ändert sich im Verlauf der Periode und das ist auch völlig physiologisch. Das ist das Wort für normal bei Medizinern und das stimmt auch. Im Verlauf der Periode wird sich die Farbe deines Blutes ändern und das liegt daran, dass Blut unter Sauerstoffzufuhr natürlich neigt zu oxidieren. Du kennst das vielleicht vom Eisen, was unter Sauerstoffzufuhr ja auch oxidiert und im Blut ist ja viel Eisen. Altes Blut ist dementsprechend auch dunkler und das ist völlig normal. Helleres Blut zeugt davon, dass es noch nicht so lange dem Sauerstoff ausgesetzt war, also relativ frisch ist. Und das ist klassischerweise zu den stärksten Tagen deiner Periode der Fall. Wenn es also in den ersten 2-3 Tagen zu einem bräunlichen Schmieren oder einer dunklen Blutung kommt, dann aber in eine hellere Blutung übergeht, dann ist das völlig physiologisch. Auch bei einer Hormonentzugsblutung, zum Beispiel um den Eisprung, wenn das Östradiol ja ziemlich nach unten geht, kann es zu einer hellrosa Blutung kommen. Wenn die immer wieder zyklisch auftritt im Zusammenhang mit dem Eisprung, dann ist das auch physiologisch, also als normal anzusehen. Vorsicht ist bei allen a-zyklischen Blutungen geboten, wenn zum Beispiel eine hellrosa fleischwasserfarbene Blutung auftritt, dann sollte man definitiv einmal zu seiner Gynäkologin gehen, um nachschauen zu lassen, ob alles in Ordnung ist. Das kann manchmal auch Veränderungen am Gebärmutterhals herrühren. Auch gräuliche Blutungen mit gräulichen Geweberesten kann auf eine Infektion oder sogar etwas Schlimmeres hindeuten und auch hier sollte zeitnah ein Termin gemacht werden, um einmal nachschauen zu lassen. Aber ja, auch die Farbe des Blutes kann eine Assoziation zu einem Hormonmangel haben. Zum Beispiel macht ein Östrogenüberschuss eher dunkleres Blut. Also wenn du eine Östrogendominanz hast und andere passende Symptome, dazu auch noch relativ dunkle Blutungen hast, die du vorher vielleicht nicht so kanntest, kann das auf einen Östrogenüberschuss hindeuten. Im Gegensatz dazu macht ein Östrogenmangel sehr gerne hellere Blutungen. Wenn du also relativ normale Verläufe hattest in deinen Zyklen und in den letzten Monaten wird dein Blut sukzessive heller und du bestehst vielleicht auch kurz vor den Wechseljahren, dann kann das darauf hindeuten, dass du jetzt langsam einen Östrogenmangel entwickelst. Also die Veränderung der Farbe kann auch hormonell bedingt sein. Und da kommen wir übergangslos zu Fakt Nummer zwei. Schmierblutungen sind grundsätzlich nicht normal. Schmierblutungen, das hatten wir gerade schon, zum Beispiel bei der Hormonentzugsblutung, können physiologisch auftreten. Gerade um den Eisprung herum ist das ein Klassiker. Aber wenn zum Beispiel Schmierblutungen auftreten kurz vor der Periode oder nach der eigentlichen Periode noch drei, vier Tage länger eine Schmierblutung auftritt, dann kann das auf Probleme hindeuten. Gerade die Schmierblutung kurz vor der Periode kann auf eine Lutealinsuffizienz, also eine Gelbkörperhormonschwäche, hindeuten. Die wiederum aber als eigenes Krankheitsbild eigentlich gar keinen Sinn macht, denn der Fehler liegt meistens doch in der ersten Zyklusphase bei der Follikelreifung. Die Follikel reifen also nicht gut heran, deswegen ist die zweite Zyklusphase relativ kurz und kann mit Schmierblutung assoziiert sein. Und wenn wir schon bei der Follikelreifungsstörung sind, auch dieses Schmieren nach der Periode deutet auf eine Follikelreifungsstörung hin und auch hier sollte abgeklärt werden, je nach Lebenssituation, je nach Kinderwunsch, kein Kinderwunsch, je nach Alter, ob hier kausal therapiert werden kann, also etwas gegen ein Krankheitsbild gemacht werden kann oder eben symptomatisch therapiert werden muss. Fakt Nummer drei. Periodenschmerzen sind grundsätzlich ganz normal und gehören dazu. Ihr seht mich vielleicht jetzt ein bisschen rot anlaufen, denn diese Aussage macht mich mitunter etwas wütend. Was feststeht, ja, die eine Frau hat Schmerzen bei der Periode und merkt das vielleicht als Ziehen, manche auch als krampfartigen Schmerz. Die nächste Frau hat vielleicht überhaupt keine Probleme, merkt ein leichtes Ziehen, aber fast nicht der Rede wert und damit ist alles gegessen. Es gibt aber auch Frauen, die haben heftigste Unterleibsschmerzen, die nicht mit dem normalen Alltag vereinbar sind. Und alle Schmerzen, jetzt kommt was Wichtiges, alle Schmerzen, die den Lebensalltag einschränken, du kannst nicht mehr einkaufen, du kannst nicht mehr zur Arbeit, zur Schule, zur Uni gehen, du liegst eigentlich nur gekrümmt in deinem Bett, hast die Wärmflasche von vorne nach hinten gelegt und von hinten nach vorne. Das sind Schmerzen, die nicht normal sind und abgeklärt werden müssen. Ob das jetzt eine Endometriose ist, eine Adenomyose oder eine Dysmenorrhoe oder andere Krankheitsbilder, ist grundsätzlich erstmal sekundär wichtig. Klar soll man das rauskriegen, aber wichtiger ist, das ist nicht normal und hier gehört was abgeklärt. Zu dieser speziellen Thematik habe ich auch ein eigenes Video gemacht, kannst du gerne hier mal reinschauen, da erkläre ich ganz genau, was normal ist und was eben nicht normal ist. Fakt Nummer 4, Klumpenbildung bei der Periode ist etwas völlig Normales. Wenn du bemerkt hast, dass während deiner ersten 1, 2, vielleicht auch 3 Tage auch mal dickere Stückchen bei der Periode dabei sind, so Klumpen, die sehen fast so aus wie Leber, wenn du mal Lebergewebe gesehen hast, also wirklich klipprigere, dickere Klumpen, dann nennen wir MedizinerInnen das als Koagel. Koagel ist grundsätzlich erstmal ein Indiz dafür, dass hier eine starke Blutung stattfindet und dass das Blut schon ein Stück weit geronnen ist. Und dieses geronnene Blut, was sich aneinander pappt, kommt dann in Stückchen oder Klumpen raus. Blut-Koagel können entweder darauf Hinweis geben, dass du eventuell eine unentdeckte Gerinnungsstörung hast, dass dein Blut also nicht so gut gerinnt. Es kann aber auch sein, dass deine Gebärmutter es einfach nicht schafft, das angefallene Blut schnell herauszumanövrieren, herauszudrücken. Es sammelt sich in der Gebärmutter. Das können auch gerne mal Myome verursachen, auch eine verstärkte Blutung zum Beispiel, Polypen oder Adenomyose, also die Endometriose in der Gebärmutterwand. All das ist eben abklärungsbedürftig. Solltest du also regelmäßig Koagel bei deiner Periode finden, solltest du deine Gynäkologin aussuchen, die müsste einen vaginalen Ultraschall machen, eine Untersuchung, eventuell sogar eine Hormonbestimmung und eventuell sogar in eine Gerinnungsdiagnostik schicken. Fakt Nummer 5, jetzt wird es natürlich ganz spannend, kann die Periode beziehungsweise der Zyklus sich synchronisieren unter Frauen in einem Haushalt, zum Beispiel Mitbewohnerinnen? Diese Hypothese wurde in den 70er Jahren aufgestellt. In einer Studie wurde gesagt, ja, das passiert. Die Periode synchronisiert sich, also der Zyklus synchronisiert sich unter Frauen. Leider muss man sagen, leider, leider ist das nicht der Fall, wie andere Studien mittlerweile längst widerlegt haben. Es wäre völlig abgefahren und ja, ich weiß, einige von euch werden jetzt sagen, Moment, bei mir und meiner Mitbewohnerin war das aber total synchron und wir hatten vorher vielleicht einen asynchronen Zyklus. Das ist dann aber Zufall und leider statistisch oder auch in den Studien nicht weiter nachvollziehbar, warum sowas überhaupt passieren sollte, macht auch evolutionsbiologisch wenig Sinn. Denn, naja, das führen wir jetzt nicht aus, wenn da jetzt ein möglicher Kindsvater wäre, der dann zeitgleich egal. Jedenfalls waren das die fünf Fakten zur Periode. Ich hoffe, es war einiges dabei, was ihr neu lernen konntet. Wenn euch noch Dinge einfallen, die ihr noch beantwortet haben möchtet, dann schreibt es mir in die Kommentare und viel wichtiger ist ja eigentlich, dass ihr mir ein Abo dalasst, wenn euch dieses Format gefällt. Wir hören und sehen uns im nächsten Video wieder. Viel Spaß. Bis dahin. Tschüss.